So, jo hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuten Minecraft Skywars Video. Mit dabei ist heute Stroy live. Hallo Stroy. Hallo Stroy. Und ja. Schönes Ding. So Jungs, und heute zeige ich euch wie man Manfli eine 1000er Akade erspielt. Wie ihr sehen könnt, habe ich eine 1000er Akade. Nice, ich habe schon 4 Kohle gefunden. Ich glaube du musst jetzt das Skipper gewonnen haben, oder? Ja, eigentlich schon. Ich hant dir hiked einen down mit Mage. So Jungs und so, hantet ihr Leute in Skywars. Er wird jetzt OP-wrapped. Und dann EP-t er sich raus. Und sein Mate hantet mich. Ich habe eine Pearl. Also wenn ich nicht kommen soll, dann sag bitte nicht Bescheid. Komm bitte nicht Stroy. Was? Alles gut, du musst eigentlich nicht kommen. Ich habe auch keinen Bock, nicht zu kommen. Du musst kommen, du musst kommen, du musst kommen. Ein OP-wrapped. Bro, Stroy kannst du den bitte... Nice, du hast mir halt echt wieder mal gar nicht geholfen. Nice, ich habe beide OP-wrapped, du kriegst beide Kills. Nice, Tick-tock, Vick-tock. Ich habe das Drip-gott lagged ein bisschen. Nice, Tick-tock, Vick-tock. Ich habe einen gekillt. Pass auf, dass du nicht gegen den Stierbster hackt wahrscheinlich. Ja, ich auch. Ich habe Captain Niko down. Warte, ich clip den jetzt noch. Ich habe leider keinen Holz. Nice, habe ihn nicht geklippt. Hier ist Salz. Ja, voll, leider war nicht. Dann machen wir uns noch eine Rudd für den letzten Gegner. Das ist bestimmt nötig, gegen den Drip-gott aus dem East-Clan noch eine Rudd zu craften. Das ist halt so ein Drip-y. Nice, der gewinnt mal wieder. Na, fuck, der gewinnt echt. Nice. Ich zeig dir, das geht, okay? Okay, ich zeig dir auch, wie es geht. Sprengy, Sprengy. Ja. Gerade machen da noch Sprengy. T-Spam, einfach den Mate noch anzünden und rappen, dann hat er stirbt. Achso, jetzt sterbe ich. Und dann habt ihr gewonnen. So, das steht im Schritt. Hast du den Drip-gott geholt? Bin dabei. Bist du bereit für den Stomp? Hab ihn. Machst du mit ihm? Warte, ich stomp dich. Achtung, das wieder. Das hab ich mit ihm gemacht. Ich hab dir so viele Ehrer zu geben. Okay, Jungs, das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Nice, ich hab keine Mots. Lennon and Lennon and we tallin' hammers. We talkin' blitzki, keep draggin' the bantle. Sendin' jet right round my head like a banner.